und muss jetzt hier noch mal die youtube auch noch hinzufügen also ein wunderschönen guten morgen aus hamburg es ist mittwoch der 25. mai mein name ist carlos martin zu hören uns live aus dem trading raum wir bereiten uns auf unser morgendlichen backstreet vor und wir gehen in die big number ein 14.000 punkte einmal ganz kurz mein gegenüber mr morris ist schon da ihr seht ihn hier morris hört ja immer so gegen 10 uhr auf ich werde heute auch schon vorzeitig 10 uhr 30 voraussichtlich hier schluss machen wenn alles klappt dann wir haben heute aktien round ab auch hier etwas früher hat der andere auch mich entschuldigt aber es geht nicht anders weil wir morgen vatertag haben ab nächste woche dann wieder normal der aktienkurs abends deswegen die brauchen diese beiden monitore weil bei uns momentan ja sehr viel los ist crypto starter raum alle räumlichkeiten sind hier aktuell belegt deswegen heute live trading nur bis 10 uhr 30 circa man hoffen dass ich da nicht in eine hedge komme ok hier ich gehe nochmal zurück sehen wir die blue boxen morris kann sich ja schon mal gleich vorbereiten wir sehen 27er box ist direkt im ersten trade in den gewinn gelaufen ansonsten gab es gestern keine kleinen boxen auf dem minuten chart wir wechseln und gehen in die in die vola boxen rein und sehen gestern gute bewegung hier das war unsere big numbers hier die vola trades dann sind wir hier noch mal rein gelaufen und am nachmittag hier 16 uhr schöne bewegung gewesen wo kommt die vola box heute rein das wollen natürlich der eine oder andere wissen schauen wir uns mal an vola box kommt voraussichtlich bei der big number 1 14.004 zu 13.989 einmal jetzt wie immer jeden morgen einmal ein markt überblick wir fangen an bei bitcoin ist der bleibt bei 30.000 stehen wir sehen es die ganze zeit hier daily sind wir short maurice was ist wie siehst du bitcoin 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 also ich habe bitcoin gerade auf dem chartfenster ich habe ja das ist eine gute frage hoffentlich wir steigen wieder hoch aber wie lange wir brauchen ist eine gute frage gut besteht gerade bei eine ganz richtige unterstützung genau wir sehen es hier die unterstützung noch mal wir sehen es aber ich kann leider nichts neues erklärt aber es ist immer die um die 30.000 sehen wir hier im chart da ist die unterstützung und wir sind im daily short vier stunde sind wir sehen wir rüber geschwungen und wir sehen diese box die wir hier haben schaut mal das ist die range aktuell wir müssen über die 30.000er marke rüber ja so genau kann man es aber das ist so die die situation auf den stunden chart sehen wir das ähnlich da können wir diese linie noch besser justieren auf 30 minuten sind für long 15 minuten sind für long fünf minuten sind für short also bitcoin so nächster markt ist der dow jones den die ein oder anderen ja auch morgens traden beziehungsweise abends traden so schauen wir uns den dow jones an gehen einmal in den daily chart und sehen im daily chart hier direkt gehalten hier dow jones daily chart 4 stunde long stunde lang 30 long 15 long und fünf minuten sind für short also hier wenn man auf der die schaut sind für short auf weekly sind wir auch short wir haben der unterstützung hier bei 30.600 da hat er jetzt aufgesetzt ja also kurzen zeitebenen leichte long tendenzen s&p 500 daily short vier stunde plus minus stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long tech nasdaq daily short vier stunde short da waren die zahlen gestern snapchat wie man wie das unternehmen hat hat gestern katastrophale zahlen rausgebracht und beziehungsweise nicht zahlen aber hat einen ausblick geschafft dass die eben halt weniger wachsen der ganze markt gestern tech wurde nochmal abgestraft wir sehen es hier stunde sind wir aber wieder long 30 long 15 long und fünf auch und bei der nasdaq sehen wir hier und wir nehmen noch einmal das tief fibonacci um uns da noch mal einen blick zu verschaffen wo bewegen wir uns wir sind immer noch beim 50 prozent retracement ein trendwechsel ist erst hier unten bei 61er retracement also wir haben jetzt hängen genau beim 50 prozent kursrückgang beziehungsweise korrektur nächster markt ist öl jr ewing So Maurice kennst du jr ewing weißt du wer das ist jr ewing jr ewing wer das ist Nein jr ewing ist eine serie aus den 80er wann bist du geboren alles dann bist du geboren 95 95 Maurice ist eine 95er baujahr also in der 80er jahren glaube ich war denn es das war so eine serie kannst du mal Und da war ein öl mensch der hieß jr ewing damit auch nicht ich dein alter war so long vier stunde long stunde long 30 long 15 long und fünf minuten auch long in öl Gold sind wir lang gegangen eben wie sieht es bei uns hier in diesem chart aus okay hier sind wir noch tagesbasis short vier stunde long stunde long 30 short 15 short und fünf minuten auch short und good old german dax daily long 4 stunde long stunde long 30 long 30 short 15 und fünf minuten auch long also dax Sieht lang aus und ich Wechsel jetzt gleich auch und gebe an Maurice weiter melde mich denn gleich noch Wir machen folgendes wir schließen die big number hier die zwei wir cancel gehen und gehen stattdessen in die pola box rein auch noch kein signal Gap ist geschlossen von heute Gucken wir mal wie die märkte reinkommen noch sind wir nicht im bach auch zu unserem video tagebuch auf wola box 13 989 short 14 004 long Maurice hast du beides gemacht big number und wola box Ja Oh you are crazy 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 Also Nur das ist eine box Aber wola box zusammen Wola box Okay Dann haben wir da auch Sehr gut Wir sind noch nicht im Markt Mal schauen Ab dem zweiten trade Gehen wir auf angepasst Wir sind jetzt Jetzt sind wir short Erster trade Mit Ein wenig slippage Blaue Linie Zeichnet Unser Gewinnziel an Und Wir sind short Einmal aufgesetzt Nicht gereicht 9 uhr 22 Blick einmal auf mtx Hier sehen wir Auch das signal hat nicht ausgereicht Wir haben eine alternative noch Mit Dem Kim Jong Sen Hier kommt Kim Jong Sen In 2 Minuten 18 Eventuell wenn es so bleibt Gestern hatten wir 200 punkte Aktuell haben wir 73 Kurs kommt wieder zurück Wir sind im ersten short Big number Zurück erobert So wir sind dritter trade Jetzt plus minus 0 Schauen wir mal ob wir noch ein Tickchen tiefer kommen Ja Kim Jong Sen Schauen wir mal ob wir noch ein Tickchen tiefer kommen So jetzt sind wir im Gewinn Und dadurch dass wir heute Protokoll haben Madame Lagarde spricht Schließen wir den trade Mit Gewinn Und ich verabschiede mich bei den YouTuber Und wir schauen mal ob wir noch ein Setup hier reinbekommen Wünsche gute trades Schönen Pfeifer Tag Schönen Brückentag Wir hören uns am Montag erst wieder Ja Und bis dahin Nach dem traden ist vor dem traden Wie ihr wisst bin ich sehr kaffendurstig Aber ich habe einen Auftrag Der Regisseur sagt Ich darf nicht Kaffee holen Bevor ich nicht euch motiviert habe Unseren Kanal zu abonnieren Und natürlich uns zu liken Und wir brauchen eine Teufel Und ich seheio aus poly